Ja hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkin. So, ich bin beim Sägewerk, weil wir in einer der letzten Folgen gesehen haben, dass unser Kartonlager keine Baumstimme mehr hat. Und da wollte ich hier mal eine kleine Ladung holen. Mal sehen, wie das klappt, hier mit dem Aufladen. Das sieht ja ganz gut aus. So, schon mal Spanggurte drum. So, den dann auch noch. Und schicken den mal zum Kartonwerk. Ich hoffe, die Menge reicht für eine gewisse Zeit. Oder Papierfabrik. Wie hieß die denn jetzt? Einmal schauen. Zellstoffwerk. Kartonausgang. Zellstoffwerk. Holzverkauf. Bäumeeingang. Da haben wir es doch. Abmarsch. Dann werden wir vielleicht auch sehen, ob wir da nicht doch ein bisschen mehr machen müssen. Hier geht die nächste Ladung zum Hof. Hier wird sie gerade abgeladen. 3,3 Millionen. Und der wartet. Der Radlader. Er fährt noch. Können wir gleich mal schauen. Die Sehmaschine hatte sich aufgefüllt. Und seht weiter an. Hier können wir gleich schauen. Er ist ja in der letzten Folge doch noch mal am ganz knapp am an der Mauer hängen geblieben. Er ist ja in 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 der Mauer hängen geblieben. Ich bin auch mal gespannt, wenn das Silo jetzt leer wird. So, das dürfte die Silage sein, die wir... Das passt jetzt gar nicht. Er zieht nochmal darüber. Okay. Oh, das ist ganz knapp. Das ist sowas von knapp. Ich glaube, ich mache nochmal 1,4 da raus. So knapp brauche ich dann nämlich nicht da ranfahren. So, der muss warten, bis der Nächste kommt. Und du bist, ja, du wirst vielleicht sogar fertig mit dem. Und hier haben wir unseren Starrer hingeschickt. Feld 10. So. Gut. Du kannst... ...erst mal anfangen. Wir müssen hier auf Pflanzenschutz abändern. Wir lassen hier ihn auffüllen. Von Autodrive. Wir... Nein, das nicht. Wir brauchen das. Wir sagen ihm, er soll sich am Hof, nicht am Ankauf, sondern am Hof, Pflanzenschutzausgang auffüllen. Mit... Pflanzenschutzmittel. So, das steht soweit und das können wir ausblenden. Das sollte jetzt auch so gut funktionieren. Du hast gerade verkauft. Okay. Und hier sind wir beim... Sägewerk. Ich muss mal Holzannahme... Mal schauen. So. Ich nehme dem erstmal hier entgegen. Das war verkehrt. Da auch. Holzannahme. Wo? Dann war die... Schon... ...so lange, dann war die doch da drüben im Bereich. Richtig. Schauen wir mal. War die doch hier? Ja. Hätten da ein Stück weiterfahren sollen. Wo ist eigentlich der Punkt gewesen? War der hier vorne? Der ist da nicht durchgekommen. Deswegen ist er gar nicht so weit gefahren. Okay. Dann laden wir die mal wieder auf. Und fahren hier ein Stück weiter. Laden hier nochmal ab. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben... ...Mais haben wir ja. Können wir auch noch was reinbrangen. 40.000. 3%. Da können wir noch ein bisschen was produzieren. Und wenn wir meist hier noch brauchen, müssen wir halt was hinfahren. Ist ja auch kein Problem. Du kannst jetzt erstmal wieder zurück zum Sägewerk. Dein Auflieger tauschen. Ja, da sind ja schon wieder ein paar Paletten gespawnt. Die haben ja auch noch am Zigarettenwerk ein, zwei stehen. Also... So, das läuft weiter. Ah, jetzt ist der LKW dran. Preis beim... ...ist immer noch 381. Hatte sich jetzt also nicht verändert. Das ist die erste Schaufel. Und da haben wir ja das, hoffe ich mal, so eingestellt, dass er nach der dritten Schaufel schon abfährt. Obwohl er nicht ganz voll ist. Irgendwie bei 93%. Hat natürlich jetzt einen weiten Weg bis dahinten. Fängt ja immer schön von hier vorne an. Aber, wenn man schaut, wie viel haben wir noch drin? Wir haben gerade mal noch 1,1 Millionen drin. Es wird so langsam leer. Der Radlader ist auch jetzt... Dadurch, dass wir auch noch den LKW hier eingesetzt haben... ...für eine gewisse Zeit... ...auch voll am Fahren. ... Die Motor halten den Motor an. Also, und der wird jetzt gleich, sobald er die 90% voll hat, wird er losfahren. Und wenn der Motor aus wäre, dann müsste er den ja erstmal anwerfen. Da hat man eine Sekunde Zeit, dass die Schaufel aus dem Kipper geht. Das sieht so ganz gut aus. Hier lässt er einen gehörigen Abstand mittlerweile. Korrigiert sich ein bisschen. So, komme so lang und fährt direkt los. Und der Radlader kann kaum die Schaufel hochheben. Aber, dann jetzt fährt er auch beim dritten Mal schon ab und wartet nicht nochmal auf die vierte Schaufel, die ihm ja nicht wirklich mehr voll macht. So, dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Luft. Bist du jetzt fertig? Der LKW ist beim Sägewerk angekommen. Das ist gut. Dann ist Feld 8 schon fertig mit Unkraut. Oh, kommt genau hin. So, dann können wir den abverhalten lassen, löschen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir den jetzt zu Feld 9 schicken. Sonst war es so, oder habe ich schon mal gesehen, dass er erst auffüllt und dann zu 9 fährt. Wir schauen mal. Ja, er fährt auch jetzt erstmal zum Auffüllen, damit wir dann mit dem vollen Tank bei Feld 9 anfangen können. Ach, du hast Vorgewände fertig und setzt dich jetzt hier auf die rein. Ja, er hätte ein bisschen später anfangen können, aber besser etwas zu früh als immer etwas zu spät. Das können wir verkraften. Und du bist hier mit 44.000, was 45.000, Silage zum Fruchtländer unterwegs. Und hier sind wir beim Sägewerk, wo wir den Aufleger tauschen. Und vielleicht, können wir auch mal machen, Papier verkaufen. Wir wollen so ein bisschen Geld machen. Weil wir ja quasi die 200. Folge quasi hier die letzte Folge von der Multimaps ist. Und gut, wir haben jetzt noch ein paar, aber wir haben ja auch noch einiges zu verkaufen. Und wir sind ja noch am Ansehen, das würde ich doch schon fertig machen wollen. Ich würde sagen, wir nehmen, ups, nicht so schnell. Erstmal hier vorne die beiden weg. So. Dann hier die Reihe. Wären wohl nicht ganz voll. Noch drei. 13 Paletten. Aber dann ist hier die Produktion auch wieder leer. Man kann durcharbeiten. Ich fahre mal hier raus. Und dann schauen wir mal, wo wir Papier verkaufen können. Ton-Baumarkt. Okay, dann fahren wir zum Ton-Baumarkt. Abmarsch. Ach, der fällt den gleichen Weg. Okay. Aber macht ja nichts, dass er jetzt hinter den Herr schleicht. Sollte er auch gleich weiter gehen. Sollte er auch gleich weiter gehen. So, was haben wir denn jetzt auf Feld 17 drauf? Da haben wir irgendwas mit... Zwiebeln haben wir da. Und Zwiebelschneidwerk haben wir doch, glaube ich, noch nicht, oder? Wo finden wir das hier? Nee, haben wir noch nicht. Was haben wir denn an Farben da? Ja, springen wir mal zum Farmhaus. So, wir hatten ja schon einige Schneidwerke. Die liegen hier um die Ecke. Und wir hatten für Zuckerrüben und Karotten. Dann würde ich sagen, wir können für... Haben wir da noch einen dran? Können wir auch noch mal schauen. Können wir nämlich auch gleich mal abhängen. Kartoffeln, glaube ich, ne? Ja, den können wir nämlich auch jetzt erstmal da hinlegen. Wir sollten... Wir wissen ja, dass das Abspeichern die ja immer ausklappt. Komm. Na, passt aber jetzt. Oh, den können wir auch gleich tanken fahren. Genau, dann machen wir das noch. Wir holen... Kaufen das Schneidwerk. In... So einem hellen Gelb. Vorher tanken wir noch mal. Machen wir rundumleuchte mal an. Ich weiß gar nicht, ob wir drunter kommen. Ich glaube, ganz knapp. Aber... Gucken, wenn wir so auftanken können. Ja. Dann... Dann... brauchen wir uns ja nicht da drunter quetschen. In der Zeit können wir uns... Das... Wir haben gesagt, wir nehmen hier so ein helles Gelb. Ne, was ist das denn? Ne, Metallic. Das oder das. Mal kommen. Kaufen. Schon. Dass der Händler das schon hat. Wir haben... Sind aufgetankt. Jawohl. 1.126 Euro. Gucken, wie rum liegt's. Ich hoffe... Ich meine immer verkehrt rum. Wir müssen hinten rum ran. So, dann fahr du doch mal schon zu Feld 17. Und wir schauen dann noch mal bei den anderen vorbei, ob alles läuft. Hier wird gerade LKW beladen. Können wir mal schauen, ob unten noch der Preis geblieben ist. Äh, für Silage. Wo ist der Haufen da? Ja, ist noch geblieben. Können wir also fahren lassen. Und hier sind wir bei Feld... 9. So, das können wir dann... auch noch angehen. Aber wir haben noch keinen Kurs. Nee. Kurs generieren. Feld 9. Ein Vorgewinde weich. Und wir fangen... hier an. Kurs generieren. Das sieht ganz okay aus. Und lassen. Erster Wegpunkt. Einstellen. Dann einmal abspeichern. Feld 09. 24 Meter. Ein Vorgewinde. Weich. Speichern. So, die Einstellung ist da. Das ist auch okay. Dann dürfte... da hingegen eigentlich nichts... im Weg stehen. Oh, er fährt auch... zum Auffüllen. Das ist super. fährt auch zügig. Das ist auch... ganz gut. Das ist auch ganz gut. angekommen. Aber das... machen wir in der Morgenfolge. Fangen wir das an. So, er füllt sich auf. Du... du brauchst nur eine Schaufel. Die holt er gerade. Und hier können wir noch ein bisschen verkaufen. Genau. Wir haben ja Papier von der... vom Sägewerk mitgenommen. Das können wir noch verkaufen. So, 13 Paletten. Und wir können, glaube ich, dann erst mal... zum Hof kommen. Ich fahre mal zur Werkstatt. Hier sollte ja alles verkauft werden. Jawohl. 63.000. Oh, hier ist Bäumchen. Wechselt euch. Wie viele stehen da schon? Zwei. Und der Drittisch kommt da. Ja, gut. Sind ja drei Schaufeln, die er machen muss für den... Du kannst aber dann... zu Feld 17... Bist du repariert? Ja. als Abfahrer fungieren. Und dann schauen wir mal, was... welchen Abfahrer wir vielleicht noch dazu nehmen. Oder ob einer reicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, liebe Freunde. Das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.